Tag, herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog Style Video. Heute geht es fliegen mit Stepo an unserer altbekannten Wiese in Adlershof. Wir machen ein paar Übungen und verfliegen so zehn Akkus. So, Vendetta ist dabei, Rucksack ist gepackt. Da entschuldigt die Unordnung, ist hier ein Dienstwagen, hier drin wird gelebt. Cappingsstuhl ist hinten drin, Ladegerät ist dabei. Also vielleicht werden es auch ein bisschen mehr als zehn Akkus. Vorgenommen zu üben nach der Vorgabe von unserer WhatsApp-Gruppe, ich weiß gar nicht wer das da gepostet hat, wollen wir so eine Art Kurvenflug heute üben. Mal sehen, was das wird. Was wünscht man sich? Arm und Propellerbruch? So, da sind wir auch schon angekommen. Oder so gut wie angekommen. Ich sehe auch schon den Stepo. Da hinten ist er. Wetter ist nicht so cool. Bisschen bewölkt, bisschen windig. Mal sehen, was das wird. Gains haben wir auch keine aufgebaut. Heute einfach nur just for fun. Wo sitzt er? Wo sitzt er? Wo sitzt er? Da sitzt er. So, dann wird gleich So, er fliegt schon. Gucken wir mal vorbei. Wo ist er denn? Wir sehen gar nicht. Wir sehen gar nicht. Tag! Das war ein paar Mal. Ah, warte mal. Heißer. Das letzte Mal waren wir noch ein reiferer Beheber. Tag. Grüße hier. Ja. Du bist ja... Tag. Grüße hier. Tag. Da wo ist 거예요. Tag. Das war's für heute. 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 So, Location gewechselt. Ganz geil hier. Mal gucken, wie das von oben aussieht. Sag mal, ich muss noch mal kurz den Stall und Passa in die Ecke stellen. So, hier, alles vorbereitet. Und jetzt zieht es nach oben. Das war's für heute. 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 10 Akkus später. Sonnenuntergang sieht so aus. Ich habe schon zusammen gepackt. Das Tempo fliegt gleich noch. Der letzte Flug für heute Abend. Dann geht es ans Schneiden und dann ans Hochland. Dann seht ihr heute schon was los ist. Hier nochmal unser Spot. Und jetzt geht es los zum Schneiden. So, ich weiß gar nicht, ob man mich jetzt sieht. Wir gucken mal, ist ja Weitwinkel, sollte funktionieren. 10 Akkus verballert. Wollen wir mal anschnallen. 10 Akkus verballert. Nach drei Wochen Racer fliegen, muss ich sagen, war die beste Entscheidung meines Lebens, damit anzufangen. Das ist unglaublich. Also selten so viel Spaß mit einem Hobby gehabt. Ja krass, wirklich. Wirklich, wirklich ein krasses Hobby. Selten hat mich was so begeistert, wie das FPV fliegen ist. Das ist echt. Kann ich nur jedem raten. Macht das. Das ist echt krass. Der Vendetta fliegt sich sehr geil. Aktuell fliege ich den auf Betaflight 261. Eigentlich nur noch im Air-Mode. Alles andere hat für mich wenig bis keinen Sinn gemacht. Ja, getunt habe ich den mit den Daten von Magnus aus dem Facebook-Vendetta-Forum. Ich mache mal die Musik leise, sonst versteht man mich nicht. Der fliegt sehr geil. Also die Einstellungen von Magnus sind sehr gut. Hätte ich selber nicht so gekonnt. So tief bin ich nicht in der Materie drin. Wie auch nach drei Wochen. Ja, coolen Spot heute gefunden mit Stepo. Aber das habt ihr ja schon bestimmt in dem Video gesehen. Ich fahre jetzt nach Hause. Schneiden. Ah, Viertel vor zehn. Vielleicht nicht mehr schneiden. Mal gucken. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Like, abonnieren. Ich probiere mal weiter so in diesem Stil, in diesem Vlog oder Vlog-Style meine Videos zu machen. Und ja, das sind die Tage.